Katar, strahlender Start am Golf und immer wieder stark kritisiert. Zuletzt rund um die Fußball-WM vor einem Jahr. Vor allem wegen der Arbeitsbedingungen auf den Baustellen. Heute ist der Bundespräsident zu Besuch. Ungewöhnlich, der Gastgeber lässt Frank-Walter Steinmeier erstmal eine halbe Stunde auf dem Rollfeld warten. Doch beim aktuell wichtigsten Vermittler im Gaza-Konflikt kommt auch der Bundespräsident als Bittsteller. Selbstverständlich habe ich heute meinen Aufenthalt hier und die Gesprächsmöglichkeiten mit dem Emir von Katar genutzt, um zu bitten, dass die Bemühungen insgesamt fortgesetzt werden, zur Befreiung von Geiseln beizutragen. Die katarische Regierung inszeniert sich in diesen Tagen als Friedensstifter, verkündet Feuerpausen noch vor den beteiligten Parteien. Wie konnte der kleine Staat diese große Rolle bekommen? Für Daniel Gerlach, Chefredakteur einer Fachzeitschrift für den Orient, ist Katar als Hauptvermittler nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. Das Interessante ist, dass Katar die Rolle eines neutralen Vermittlers spielt, obwohl Katar nie von sich behauptet hat, dass es neutral sei und es offensichtlich auch nicht ist. Katar hat eine eindeutig pro-palästinensische Agenda, eine Agenda, die die Interessen großer Teile der arabischen und muslimischen Welt widerspiegelt. Aber genau das macht die Katariens ein Stück weit glaubwürdig. Vor allem die Nähe zur Hamas bringt Katar in eine exklusive Position. Die Hamas-Führung sitzt zum Teil in Doha. Die Kataris finanzieren seit Jahren Projekte im Gazastreifen. Und damit auch Waffen für die Terroristen? Nein, sagt der Militärexperte Andreas Krieg vom King's College in London. Es gibt keine Finanzierung, die aus Doha kommt, die in irgendeiner Art und Weise in den militärischen Zweig der Hamas geht. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Das Geld, das aus Doha fließt nach Gaza, geht über Israel, wird dagegen gezeichnet von israelischen Banken und dem US-Finanzministerium. Und der, der im Endeffekt davon auch am meisten Nutzen trägt, diese Leute werden ausgewählt von den Israelis und nicht von den Kataris. Aber wenn Katar so klar pro-palästinensisch ist, warum setzt sich die Regierung dann gerade für die Befreiung israelischer Geiseln ein? Wenn die Katari sich für israelische Geiseln einsetzen, dann tun sie das ganz bestimmt nicht aus Gefälligkeit oder aus Verbundenheit mit Israel, sondern tun sie das zuvorderst, um den Amerikanern nützlich zu sein, denn mit denen arbeiten sie sehr eng zusammen. Und erhoffen sich wohl politische Vorteile für die Zukunft. Es geht eben bei den Verhandlungen auch immer um eigene Interessen, selbst beim Vermittler. Aber gibt es aktuell denn eine Alternative zu Katar? Nichts geht ohne Katar in Israel und auch nichts geht ohne Katar in Palästina. Das heißt, jede Form von einer politischen Lösung des Konflikts läuft über Doha. Wer mit den Geiseln leidet, muss auf Katar hoffen.